ein Display dazu fehlt mir Gold okay aber auch noch ganz wenig habe ich gleich hier was möchte ich nicht wegmachen das passt hier so schön ich fliege wieder darüber zu meinem Mining Asturin immer schön dann gesparen so gucken ob ich Gold finde da schon irgendwas hat geflogen oder? nein okay und ich muss wieder zurück und zwar das gibt es doch nicht ich finde mich einfach nicht zu recht hoffentlich habe ich bald den Stromversorgung fertig damit ich immer wieder zurückfinden kann so ich meine wir haben ja immer noch unsere wir sind ja immer noch nicht sicher ne halt nur bedingt sicher sag ich jetzt mal weil ja sobald uns das Uran ausgeht dann war es das fürs Erste außer wir sind uns natürlich Neues Uran und bauen um was anderes und das ist alles toll das ist alles toll Control Panel und die Refinery on da gucken wir nicht genug ab das ist auch nicht so effektiv so war es schon ähm hier der Display ist das auch Display? ne ich dachte schon das wäre jetzt natürlich nicht sogar gewesen hätte ich hier noch Displays und ich hätte mich hierhergestellt aber alles gut ähm hier okay 15 Computer und 30 Bulletproof Glass Computer bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher ob wir genug haben ach doch 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 und haben auf jeden Fall jemand gedacht wir haben keinen Computer mehr mhm und Bulletproof Glass nicht alles mit was ich mitnehmen kann so das dürfte ja auch schon funktionsfähig sein jetzt gut und da brauche ich auch noch mehr Bulletproof Glass so Das reicht aber nicht ganz, jetzt 13, ich hab da 25, 5 brauch ich noch, gut, ne nicht biegen, hier, genau 25 und dann noch 5 und dann passt das Gut, geht so die restlichen 5 und dann war das Cockpit auch schon fertig, dann muss ich mal gucken, wie viel diese Bohrköpfe kosten, ob ich mir einen oder gleich zwei hole Was sind sie denn hier? Okay Sollen wir denn hier die Bohr grad drankommen? Die Kosten, was sind sie denn? Bohrgedönsel hier Okay, ja das geht noch Ach du Kacke Okay, dann erstmal nur einer Die sind um einiges größer, als ich gerade hatte So, Energie tue ich auch eigentlich aufladen, sobald ich das hier hab Die Energie definitiv viel schneller runter So, noch Construction Component und Small Steel Tube, jeweils 8 Komm, ehrlich Komm, ehrlich Ähm, ja ich muss dann aber glaube ich sogar noch kurz Uran von Hand farmen Weil Ähm Ja das kleine Schiff wird ja auch mit Uran laufen Nein, ich denke mal, ich werde mir einfach was schnell da holen Von hier So, Cargo Cortina Small Steel Tube Da baue ich noch 3 Und Construction Component Auch 8 Und ein Motorbausperr, das weiß ich So, komm Ähm Down Oben Wo auch immer Okay, dann 4 Large Steel Tube und ein Computer Okay, die Large Steel Tube muss ich glaube ich herstellen Hoffentlich muss ich dazu nicht noch Eisen holen Genau, die Large Steel Tube muss ich herstellen Ne, passt Und Ein Kopfschwucher Gut, dann hätten wir den Bohrkopf hier auch fertig Oder allgemein den kompletten Bohrer Motor, Computer und die 12 D-Plates Gut, dann Hier Kommt das ganze Zeug raus, ne Okay, dann Brauche ich diese Teile Diese Teile Die ich gar nicht finden kann Die hier Konverte, Tube und Und das da Und was ist das Conveyor Ach so Scheiße Gibt's hier nicht kleiner Warum ist die denn so groß? Gibt's hier nicht kleiner? Der muss auch kleiner geben Ach ne G Hier, Small Conveyor Tube und Small Curved Conveyor Genau, so Ich brauche jetzt erst mal das hier Und zwar So und So Was brauche ich denn da für Interior Plates Interior Plates So So Die hier Und dann muss ich hier so nach Rechte Page down Ach ne Doch Netz Ende So Dann kommt die hier hin Und hier hin Und hier ist dann der Erste Und dann hier nochmal Ähm Ähm Jetzt drehen Und das nach oben Und So Ich weiß auch nicht wie ich das Gut gemacht habe Aber es hat anscheinend gepasst So und das Zack Und noch einmal Gut Und hier kommt dann jeweils ein Container hin Okay Ich weiß, dass es nicht so schön aussieht So, mal gucken Der Small Container Oder dieser Small Cargo Hm Ja, Small Cargo Container Achso Der ist ja echt richtig small Habe ich keine Interior Plates mehr? Ne Da muss ich gleich noch ein paar herstellen Was braucht man denn dafür? Ach ne So Achso Nur Eisen Dann mach ich hier mal 10 Ich hab kein Eisen mehr Ach ja Eisen So Eis ist ja zum Glück das kleinste Problem Also Also nicht so ein größeres hätte ich mal nur Es ist nicht sonderlich schwer zu beschaffen Hier Ist mein Eingang Und noch ein bisschen Okay Ender ist voll Ähm Ich find hier mehr raus Hallo Da 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 Jetzt hab ich was zum Falschen geflogen Und zu Glück und nicht miteinander Das hat schon wieder aus Immer was gelbes zähnert So So Schnellen die Refinery damit faire Det und